Hier ist das Rendscheider Fernsehen, Titel DMW Und hier ist die Tele-DNW-Wocheninfo Herzlich willkommen zur 140. Ausgabe der Wocheninfo des Rendscheider Fernsehen, Tele-DNW Und das Rendscheider Fernsehen wird heute drei Jahre alt Heute haben wir Geburtstag beim Tag der Aufzeichnung, dem 11. Oktober 2012 Klingelte es zum dritten Jahrestag Und vor drei Jahren saß ich hier auch, genauso wie heute Und hatte auch Sensationsmeldungen für Sie am 11. Oktober 2009 Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns so lange die Treue gehalten haben Und werde auch heute für Sie wieder die Sensationsmeldungen vorlesen Die gehen heute bis einschließlich dem 11. Oktober 2012 Zum Wohl Hier war das Rendscheider Fernsehen, Titel DMW Bis nächste Woche Bis nächstes Woche Ciao Bis zum nächsten Mal.